hallo freunde von working dog ich möchte euch heute diese hochwertige technik box der firma gabbe vorstellen wir benutzen sie selber im training für das erlernen der technischen übrigen sitzplatz d wir benutzen diese box als sprunghilfe oder als abstandskontrolle im schutzdienst jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem tollen gerät ist wirklich sehr zu empfehlen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020